Einen wunderschönen guten Morgen liebe Zuschauer zum heutigen JFD Devisenradar am Mittwoch, dem 23. Dezember. Heute das Devisenradar-Webinar übrigens etwas vorgezogen von 11 bis 12 an dieser Stelle. Da können wir uns nachher gern nochmal wieder hören, wenn Sie mögen. Da werden wir noch einen weiteren Blick auf diverse Währungspaare richten. Heute soll der Fokus beim britischen Fund gegenüber dem US-Dollar liegen, wie Sie ja unschwer auch erkennen. Und genau das wollen wir jetzt hier gleich thematisieren. Das britische Fund unlängst eh in starker Schieflage. Wir schauen uns das mal gerade vorab hier auf dem Wochenchart an. Wir hatten auch das britische Fund hier im Radar erst unlängst besprochen, gestern den Euro gegenüber dem britischen Fund mit den Ambitionen kurzfristig auch noch Potenzial nach oben zu haben. Hierbei gestern eine glanzvolle Vorstellung abgeliefert. Das Cable an sich hier, wie gesagt, innerhalb dieses Abwärtstrendkanals, welcher hier seit Mitte 2015 etabliert wurde mit diesem neuen mehr Wochen, mehr Monats hoch, geht es hier seither richtig nach unten. Der Dezember, wie gesagt, hier durchaus mit klarer Schwäche geprägt. Hier diese Stabilisierung im Bereich 1,5130, 1,5125 gelang letztlich nicht. Wir sind jetzt aber hier an den nächsten Support-Level und dieses Level war insbesondere im Jahr 2013 sehr, sehr wichtig. Hier wurde ein Doppelboden gemacht inklusive positiver Divergenzen. Ging es dann hier regelrecht nach oben, dann hier Ausverkauf Richtung neuer Mehrjahrestiefs und hier schien es so, als würde das britische Fund buchstäblich in sich zusammenbrechen. Faktisch das britische Fund hier ganz klar in einer Schieflage und es deutet sich auch fast schon an, dass das Ganze sich weiter fortsetzen könnte. Mittellangfristig hier durchaus Niveaus von 1,4240 denkbar. Allerdings nur, wenn jetzt hier nicht zum Beispiel die Bank of England auch mit gewissen Zinsfantasien im nächsten Jahr wieder daherkommt. Sollte das passieren, könnte sich hier auch wieder eine andere Bewegung darstellen, aber aus aktueller Sicht sieht das erstmal unschön aus und grundsätzlich liefert das Währungspaar Potenzial bis zum Tief vom April. Das war hier 1,4562 und dann hier bis zum Tief vom Jahr 2010 Mai der Bereich 1,4240 eben. Das dürfte hier auf jeden Fall ein Level sein. Wir sahen auch hier nach diesem Ausverkauf jetzt eine Gegenbewegung, eine korrektive im übergeordneten jetzt hier laufenden Abwärtstrend und jetzt geht es eben weiter nach unten und das letzte Zwischentief ist im Prinzip durchaus ein C-Level. Allerdings, wir sind relativ scharf schon gelaufen nach unten. Wir haben auch hier dieses Support-Level, was hier als Doppelboden war, hier eben temporär unterschritten worden, jetzt aktuell erreicht und wir sind im Jahresende sicherlich dünne Umsätze, alles ein Stück weit fraglich, aber die Frage letztlich auch, wie geht es denn jetzt hier weiter? Grundsätzlich bleibt es dabei, könnte sich jetzt hier eine technische Gegenreaktion einstellen. Kann aber auch von einem Stück tiefer aus geschehen. Auf Wochenbasis hier zumindest eine erkennbare Unterstützung, die hier eine Erholungsbewegung ermöglicht im Tagesschart. Da haben wir die Situation, das haben wir auch im letzten Devisenradar-Video mal dargestellt, müsste ich am besten nochmal hier die schwarzen Felder mal rausnehmen. Hier die Situation mit den 61er Retracement Levels, also sprich hier die Rückläufe im Sinne der Harmonie bei dem britischen Fund gegenüber dem US-Dollar. Hierbei jedes Mal, und das war sehr interessant zu sehen, das Niveau vielmehr, das 61.8er Fibonacci Levels, Retracement Levels erreicht, also hier praktisch immer nach dem goldenen Schnitt eine Gegenbewegung vollzogen. Und in diesen Bereichen, Sie sehen es hier eingekreist, mit dieser schwarzen 61er Linie gab es im Prinzip immer wieder dann eine Wiederaufnahme der vorherrschenden Abwärtsbewegung. Und genau das haben wir eben hier zuletzt auch gesehen. Hier ging es zwar wieder ein kleines Stück drüber über das 61er Level, aber hier inklusive des Widerstands per se hier eine sehr, sehr schöne Verkaufssituation. Jetzt sind wir hier wieder im Rücklauf und das gilt es zu beachten, sollte sich hier eine gewisse Bodenbildung, eine Erholungswelle abzeichnen. Und das will ich nicht ausschließen, wir haben auch hier zum Jahresende hin sicherlich sehr dünne Umsätze, auch am Forex-Markt, das ist nicht der Redewert, aber rein technisch wie gesagt ein gewisses Erholungspotenzial beim britischen Fund gegenüber dem US-Dollar, was über den Jahreswechsel hinaus anhalten könnte, um dann Mitte Januar wieder in das überzugehen, was hier übergeordnet vorherrscht, nämlich in der Abwärtsbewegung. Aber grundsätzlich, wenn sich hier zwei, drei positive Kerzen anschließen und wir hier ein lokales, finales Tief gemacht haben, dann empfiehlt sich hier durchaus, wenn zum Beispiel das gestrige Tief ein solches wäre, hier die Fibonacci-Level mal anzulegen und mal zu schauen, ob der Preis, und dann nehme ich direkt 38 und 50 raus, ob der Preis hier bis zu diesem Niveau sich wieder erholt. Also vom aktuellen Level ausgehend wäre das praktisch, wenn wir kein neues Tief sehen, das ist ja die Grundvoraussetzung, praktisch eine Erholung in Richtung 1,5090, 1,51. Da hätten wir praktisch dieselbe Situation, nämlich dann hier eine Umkehrbewegung wäre durchaus denkbar. Und Sie sehen die Symmetrien und das ist ja das, was an der Charttechnik generell versucht. Wir versuchen wiederholende Prozesse zu finden und hierbei sozusagen auszunutzen für zukünftige Bewegungen. Und hier haben wir definitiv Wiederholungsprozesse. Und interessant ist eben immer am 61,8er Level die korrektive Gegenbewegung stoppte. Und jetzt nach diesem jüngsten Ausverkauf haben wir wieder so eine Situation, dass man sagen kann, aha, hier haben wir durchaus, wenn es Erholungspotenzial gibt, im Bereich 1,51, machen Sie es nicht auf den Pip genau, aber in diesem Bereich auf jeden Fall eine mögliche Umkehrchance. Hierbei gilt auch, das letzte Reaktionshoch hier bei 1,5240 natürlich nicht zu überwinden. Wenn das geschieht, dann wäre das Fibonacci-Erotacement gespinst, sozusagen diese Idee vom Tisch, weil dann hätten wir auch ein neues Bewegungshoch. Dann könnte man das Fibonacci-Level hier gar nicht mehr anlegen. Und auch vor dem Hintergrund, dass der Markt natürlich hier in diesem Bereich mit diesem Hoch auch Widerstand mehr oder weniger definiert hat, ist es wichtig, dass der Preis, wenn er denn wieder weiter fallen sollte, unterhalb dessen bleibt. Das ist auf jeden Fall genau das, was man sich hier vor Augen führen sollte. Und sollte das britische Fund eben jetzt hier während der nächsten Tage bis in den Januar hinein aufwärts streben, was nicht ausgeschlossen ist, dann kann man hier auf jeden Fall für das neue Jahr versuchen, hier einen Einstieg zu finden. Sieht auf jeden Fall sehr, sehr interessant aus. Ansonsten Intraday, naja, alles ein Stück weit zäh. Generell heute, wie gesagt, vor den Weihnachtsfeiertagen eh eine Situation, wo man sich nicht zwangsläufig positionieren muss. Aber halten Sie auch den US-Dollar gegenüber dem kanadischen Dollar im Auge, der ist auch mega überkauft am oberen Limit. Hier könnte sich auch während der nächsten Tage was Schönes ereignen. Und was ich noch gleich vorweg nehmen will, im Laufe der kommenden Woche vielmehr am Montag werde ich Ihnen nochmal einen schönen Silvester-Trade für den Euro gegenüber dem australischen Dollar vorstellen. Das, meine lieben Zuschauer, wird dann auch das letzte Webinar bzw. vielmehr die letzte Sendung vom Devisenradar sein. Am Montag, dem 28.12. werden wir nochmal eine Sendung ausstrahlen und entweder dort oder aber direkt als Beitrag im Stream und im World Wide Web hier eine Einschätzung zum Euro gegenüber dem australischen Dollar unter saisonalen Gesichtspunkten, was hier dann sehr, sehr klar wirkt. Hier sehen Sie schon mal den blauen Tendenzfall. Ergo dürfte der Euro mit dem Start ins neue Jahr gegenüber dem australischen Dollar eher zur Schwäche neigen. Das Ganze wird auch charttechnisch hier unterstrichen. Insofern eine relativ interessante Situation, wenn Saisonalität und Preisverlauf zusammenpassen. Aber dazu später mehr, dann in der kommenden Woche. Wenn Sie mögen, wie gesagt, nachher das Devisenradar-Webinar. Und ansonsten melde ich mich jetzt schon mal ab. Wünsche Ihnen an dieser Stelle schon mal eine schöne Weihnachtszeit. Lassen Sie sich reich beschenken. Nehmen Sie ein Stück weit Abstand von den Märkten, denn im neuen Jahr geht es natürlich hier wieder weiter. Und bis dahin wünsche ich Ihnen auf jeden Fall eine gute Zeit. Ihr Christian Kemmerer. Beste Grüße auf bald und viel Erfolg Bayern, was Sie angehen. Und Tschüss.